Na, so richtig korrektiv sieht das ja nicht aus bei den Amerikanern aktuell. Tatsächlich, wieder erstarkt scheint der Markt aktuell zu sein. Sehr, sehr deutliche Aufwärtsbewegungen, was wir sehen, und das macht doch Mut. Und da wird doch noch mehr möglich sein. Es hat sich leider nichts daran geändert an der Situation, dass das Bild, was wir hier haben, nicht optimal aussieht. Es ist nämlich nach wie vor das mit den vielen Überschneidungen. Aber es hat sich auch nach wie vor nichts daran geändert, auch nach den letzten Tagen, dass nichts dieses Arms hier auf die Short-Seite eben zeigt und deutet, sondern im Gegenteil, es sieht ja noch danach aus, als ob die Aufwärtsrichtung relativ stark ist. Also insofern die Idee, dass der Kurs nach unten geht, ich meine, das wäre der logische Trigger, der ist natürlich sowieso über alles entfernt. Das macht gar keinen Sinn, auf den jetzt noch zu warten. Wenn man auf die Short-Seite wechseln will, dann höchstens, wenn der Kurs mal so einen Schub nach unten macht und wackelig. Dafür gibt es im Moment noch null Anzeichen. Naja, null Anzeichen will ich gar nicht sagen. Zumindest ist oben jetzt der Druck ein bisschen weniger stark. Aber richtig nach Schwäche ist das alles noch nicht. Also das wäre zwar notwendig, also dieses beides hier, um mich für die Short-Seite zu begeistern. Aber da das noch gänzlich fehlt, bin ich ja noch nicht mal in den Startlöchern. Ich habe noch nicht mal die Turnschuhe an, geschweige denn den Turnbeutel aufgeknöpft. Also die Short-Seite ist noch längst nicht etwas, was im Moment jetzt zumindest aktiv sein sollte, kann aber sich ändern, wenn der Kurs sowas macht. Ja, wie sind denn die Chancen dafür? Müssen wir damit rechnen, dass das passiert? Ja, damit rechnen müssen wir. Ich habe es angedeutet, das sieht eben nur mal korrektiv aus, dieses Verhaltensmuster. Nur nicht mit allem, mit dem wir rechnen müssen, das passiert dann auch klar. Gott sei Dank ist das so, sonst würden wir ja immer nur noch abstürzen und Unfalle bauen und sonst irgendwas. Wir müssen damit rechnen, wir sollten vorbereitet sein, aber wir sollten auch nicht in Panik geraten. Im Gegenteil, wird der Kurs jetzt nämlich nur wackelig, also langweilig nach unten gehen, dann kann es hier noch so sehr mit Korrekturen und Überschneidungen gesegnet sein. Dann ist mindestens vorläufig die bullische Seite weiterhin gültig. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Abwärtsseite komplett schon durch ist. Dafür ist dieses Bild einfach nicht gut genug hier. Aber im Moment, wie gesagt, gibt es keinen Grund, jetzt auf die Short-Seite massiv zu wechseln. Wir müssen also, können, dürfen, je nachdem aus welcher Blickrichtung ihr das anguckt, davon ausgehen, dass der Kurs auch noch mal ein bisschen weiter hoch geht. Also soweit das beim Dow Jones das Ganze. Das ist beim S&P natürlich nicht groß anders. Auch hier ist die Situation eher bescheiden, was die Stärke der Bewegung angeht. Nehmen wir mal an, der Kurs läuft noch ein Kilometer hoch, werden wir im Nachhinein immer sagen, ja gut, das war irgendwie so eine doofe Ausnahme an einer hässlichen Korrektur. Das ist etwas, was viele kritisieren und sagen, ja, im Nachhinein kannst du das dann immer wieder schönreden. Ja, das stimmt wohl so. Es führt aber nicht zu einer falschen Aussage, was das Handeln angeht. Denn was soll man handeln, wenn es wackelig runtergeht? Da haben wir gesagt, geht es nach oben. Und hier gibt es null Ambitionen für die Short-Seite. Nichts, gar nichts spricht für die Short-Seite aktuell. Das ist eine Sache, die ganz wichtig ist, die man sich merken muss. Am schönsten ist natürlich, wenn wir sowas bekommen und dann hier sowas Wackeliges hoch. Ich zeige es immer wieder zum Augentraining. Wenn man sowas hat, das gibt es aber nicht immer. Und wenn es das nicht gibt, hat man entweder keinen Trade, aber ja auch schönerweise keinen Fehl-Trade. Denn für die Short-Seite, was soll ich jetzt hier mich auf die Short-Seite vorbereiten? Was war jetzt der Grund dafür? Nur weil du hier ein bisschen pingelig bist? Ne, das ist sicherlich nicht keine Argumentation. Nur wenn der Kurs natürlich jetzt wieder sowas macht und sowas, so ein bisschen analog wie das, was wir hier vorne eben hatten, dann kann man sagen, sei vorsichtig, da kommt noch was hinten dran. Das klappt ja auch sonst immer ganz gut. Aber solange das nicht der Fall ist, müssen wir uns da keine Gedanken machen. Umgekehrt, je mehr es solche wackeligen Bewegungen noch gibt, einfach die Fortsetzung nochmal mit traden und ist es gut. Ja, wie sieht das denn dann aktuell aus? Jetzt sagt nochmal hier Butter bei der Fische. Das ist, ja, der Teil ist zwar relativ dynamisch, aber der Teil scheint jetzt ja auch wieder so zu sein. Ein bisschen eine schwierige Situation. Wenn ich mir was wünschen darf, mache hoffentlich sowas. Und dann haben wir das wieder als möglichen Einstieg. Dann können wir nämlich sagen, ah, das war der korrektive Teil. Also ihr seht, ich bin auch längst nicht immer zufrieden und sage, für mich ist so dann klar, was er macht. Wenn es doof aussieht, kann ich halt auch nur daneben sitzen und hoffen, dass es dann mal wieder ein schönes Signal gibt. Allerdings bietet sich das ja auch auf allen möglichen Zeitebenen. Also wer sich nicht scheut, auf kleinerer Ebene zu gucken, kann natürlich hoffen, dass wir hier etwas möglichst Intensives nach oben bekommen. Wenn ich ehrlich bin, das sieht leicht korrektiv aus. Aber zugegeben, das ist Minutenbasis. Das müssen wir nicht super breit treten. Bevor wir auf den DAX kommen, den müssen wir unbedingt nochmal angucken, denn der ist ganz interessant unterwegs aktuell. Sollten wir uns nochmal den Nasdaq angucken. Auch der ja stark unterwegs. Also der gefällt mir noch fast am besten von all den anderen, obwohl ich auch hier nicht so ganz glücklich bin mit dieser Überschneidungssituation. Und wenn man sagt, nee, das ist ja keine Überschneidung, das ist die große Korrektur, das ist ja viel kleiner. Ja, dann haben wir hier vorne dreiwellig. Auch das ist eigentlich doof. Das wirft Fragezeichen auf, ob das wirklich jetzt der Anstieg auf ganz weit ist oder ob der Kurs nicht nochmal runterkommt. So, und ob diese Antwort verzweifeln viele, weil sie sagen, ja super, dann weiß ich es doch wieder nicht. Für uns als Händler ist nicht die Aufgabe, dass wir das wissen, was von den beiden passiert, sondern dass wir darauf vorbereitet ist, dass wenn wir falsch liegen, es nicht schlimm war. So, das heißt, wenn ich eben sage, es kann ja das noch passieren, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das passiert, dann muss ich einfach bei jeder möglichst korrektiven, möglichst wackeligen Gegenbewegung sagen, ich versuche da den Einstieg. Und dann allerdings nicht irgendwo sagen, ja, wo soll ich da stoppen, sondern dann sagen, also wenn das Ding wirklich rum ist, setze ich den Stopp da drunter. Trigger mich hier rein und sage mir, wenn es läuft, ist super. Und wenn ich doch falsch lag, weil der blöde Born mit seiner Aussage hier im Endeffekt vielleicht doch richtig lag, ja, dann fliege ich raus und habe so viel verloren. Das ist zwar ärgerlich, aber das ist ja kein Drama. Wenn ich so viel riskiere, um so viel vielleicht zu gewinnen, ist doch in Ordnung. Also meine Güte, da haben Leute schon für schlechtere Verhältnisse Lotto gespielt. Also insofern, das ist sicherlich nicht das Problem. Und umgekehrt, wer eben Sorge hat, dass das hier passiert, achtet darauf, gebt ihm eine Chance, wenigstens abwärts zu laufen. Er ist nun mal absolut wenig, naja, ist er wirklich? Das ist doch klasse. Tatsächlich ist das etwas, was ich toll fand. Und was brauche ich nach so einer Situation? Da wäre ich schon fast short gegangen. Vorsichtig, das ist jetzt Minute, aber wir können es auch auf fünf Minuten, damit wir einheitlich sind bei den Indizes. Als ich das gesehen habe oder wenn ich sowas generell gesprochen sehe, das finde ich super. Das ist ein echter Schub. Und da bräuchten wir jetzt A, B, C, alternativ, wackelig rein. Bei beiden hätte ich sofort gesagt, Trigger hier und wir gehen definitiv nochmal das an. Und wenn ich dann keine Lust habe rauszugehen, weil ich sage, da geht noch mehr, kann ich auf mehr hoffen, ziehe einen Stopp irgendwo in die Nähe des Einstiegs und sage, das soll er doch machen. Vielleicht verliere ich jetzt plus minus null und wenn ich Glück habe, verdiene ich richtig viel. Jetzt hat der blöde Kerl allerdings das geliefert. Was ist denn das denn jetzt hier? Das ist nicht dieses A, B, C, vor allen Dingen nicht im Sinne von, achten wir nochmal drauf, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, wie das bei mir aussieht. Das ist dann Fibonacci Retracements. Das ist so eine Größenordnung und ist nur zur Orientierung. Es ist nicht, dass das Pflicht ist, nicht, dass das muss. Es ist nur zur Orientierung. Da müsste die Gegenbewegung rein, A, B, C oder wenn das nicht ist, dann irgendwie wackelig. Das ist so der Klassiker. Das mag der Kurs gerne, wenn er das tut, ist super. Jetzt gucken wir, was hat er geliefert. Der ist ja schon da oben drüber. Das ist zu hoch. Das heißt, die Short-Seite ist nicht mehr mit dieser Logik, die ich eben gerade erklärt habe, zu erklären und dementsprechend das Ding erstmal rum. Ja, alles doof, wie man glauben könnte. Naja, die bullische Seite im großen Bild scheint noch gültig zu sein. Das sieht zwar ein bisschen abgeschwächt aus, das lässt ein bisschen vermuten, dass tatsächlich die Abwärtsseite früher oder später mal kommt. Achtet dann wieder, wie gesagt, auf diese Geschichte und dann seid ihr auf jeden Fall wieder im Boot. Und wenn ihr sagt, es ist mir aber zu wenig, ich mache doch keinen Trade hier, um den 100 Punkte fallen zu sehen. Ich will doch hier eigentlich, dass er ganz runter geht. Oder ich mache auch keinen Trade, um jetzt hier nochmal 50 Punkte nach oben. Ich will doch, dass er jetzt auf 16 oder 17 geht. Dann zieht ein Stop auf dem Einstieg hinterher und sagt euch, ja, dann mach halt. Und wenn er nicht macht, haben wir ein überschaubares Risiko. Da blicken wir gerne auf den DAX. Der DAX hat es nämlich ein bisschen anders bisher veranstaltet. Da sehen wir nämlich ebenfalls so diese Bewegung hier nach unten. Wir sehen hier dieses Wackelig. Machen wir das doch mal am Ding fest hier. Gucken wir doch mal hier, wie die Situation ist. Schub runter, ganz grob gesprochen. Und wir müssen möglichst wackelig in diese Aufwärtsbewegung. Im Moment würde ich mal sagen, haben wir das hier als eine Aufwärtsbewegung. Das wäre ein möglicher Trigger für die Abwärtsseite hier nach unten. Also damit haben wir so eine Idee, wie man damit umgehen kann. Das hilft natürlich nicht immer, aber das ist zumindest mal so eine Orientierung. Und wenn er unterhalb dieser Marke dann bleibt, dann ist Short immer noch die Richtige. Wenn er da wieder drüber geht, dann haben wir doch dieses ABC. Jetzt kläre ich mal hier mit ganz fetten Stiften rum. Dann haben wir dieses ABC. Und wenn er dann diese Marke durchstößt, dann geht die Trendrichtung weiter nach oben. Würde mich gar nicht wundern. Dann hätten wir nämlich das. Dann hätten wir das. Dann hätten wir das. Dann hätten wir hier die ABC. Und anschließend noch mal eine Fortsetzung. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Auch gerade beim DAX ist das gar nicht so unrealistisch, dass das Ganze passiert. So, also damit habt ihr so ein paar Ideen, ein paar Anregungen, wie wir das Ding aktuell betrachten. Und es ist natürlich unkonkret, wer sich jetzt daraus erhofft oder gewünscht hat, dass ich exakt an der Stelle jetzt rein oder raus, ja, dann muss er aber auch die Fleißarbeit machen und uns genau diese Stelle markieren. Im Moment hat er sie noch nicht markiert. Ich merke mir mal vor, ganz grob, das Tief hier, was wir hatten heute Morgen bei ungefähr 437 beim Future jetzt gesehen. Dafür wäre mir aber am liebsten, er würde noch mal einmal hier ein höheres Hoch machen, damit wir steigende Hochs, steigende Tiefs haben, sobald ihr dann das hier durchstößt nach unten. Das wäre für mich der entsprechende Trigger-Ansatz. Das gleiche von der Logik könnt ihr natürlich bei den US-Märkten ebenfalls anwenden. Das Prinzip ist hier das gleiche. Soweit das. Euch jetzt erstmal alles Gute mit den Indizes. Viel Spaß. Toi, toi, toi. Wir hören uns mit Sicherheit wieder. Wir sehen uns in den Märkten. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.